Der Dandy Denmon Terrier ist eine von der FCI anerkannte britische Hunderasse. Herkunft und geschichtliches. Der Dandy Denmon stammt aus Schottland. Seine Herkunft ist ungewiss, wahrscheinlich wurde er von Zigeunern in Nothamberlen gezüchtet. 1814 beschrieb der Schriftsteller Sir Walter Scott im Roman Gaiman Ehring einen Mann, der solche Hunde hielt. In Folge wurde dieser Name für diese Rasse immer populärer. Die Rasse entstand ab 1870 wie der Bettlinken Terrier aus rauhaarigen schottischen Terriern. Im 19. Jahrhundert kam er nach Deutschland, blieb aber in Kontinentaleuropa selten. Aussehen Der Dandy Denmon Terrier ist ein bis 25 cm großer und 10 kg schwerer Hund mit Pfeffer oder Senffarben im Fell. Die Farben werden als Pepper bzw. Mastard bezeichnet. Verwendung Der handliche Hund eignete sich zur Kaninchenjagd und ist heute ein beliebter Begleithund. Er gilt als mutiger und arbeitsfreudiger Terrier.